Ja Philipp, da hast du mir ein schönes Eingelegt. Jetzt muss ich den 1 Packet Challenge natürlich auch machen. Selbstverständlich nehme ich das gerne an, deine Nomination. Und möchte die Nomination auch gleich weitergeben an Lars einerseits, an Carola und an René, weil ich genau weiss, dass sie sich dem Challenge sicher auch stellen werden. Jetzt mache ich es kurz und bündig, mache mich da auch mit meinem Packet unterwegs und wünsche allen viel Glück, dasselbe zu machen. Hei! Hei! Halt die Sache, aber nichts dran.